Frau Schulze von den Grünen rafft nix. An den Vertreter der AfD, wie können Sie es mit Ihrem gewissen Verein in einer zu teilen rechtsextremen Partei zu sein, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ich fühle mich nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, ich fühle mich vom Regierungsschutz beobachtet, weil wenn die Protagonisten dieser untergeordneten Behörde selber Parteigänger sind, dann ist jedwede Reputation von vornherein verloren, das dankiert mich überhaupt nicht. Nur noch Leere in Ihrem Hirn. Eure Meinung?